Hallo, mein Name ist Michi, ich bin elf Jahre alt und mein größter Traum ist es, dem Face-Clan beizutreten. Als Beweis, dass ich der beste Sniper der Welt bin, spiele ich Black Ops 2 nur mit No-Scopes durch. Nach diesem Cringe-Intro fangen wir am besten direkt mit dem ersten Level an, in dem uns Woods die Geschichte seiner Rettung erzählt. Anfangs brate ich mir noch ein Stück Bacon schön kross an, küsse mein Scharfschützengewehr oder wieso sonst ist das Zielfernrohr so nah an meinen Augen und dann hagelt es No-Scopes, als wäre dieses Video eine Sniper-Montage aus dem Jahr 2012. Nebenbei, bevor jemand was Falsches von mir denkt, ich habe Zielen auf eine Taste gelegt, bei der ich mir nicht einmal sicher bin, wo zur Hölle sie auf meiner Tastatur sein soll. Die Mörser-Trupps hätten sich eine bessere Deckung suchen sollen. Und als die Afrikaner mit Panzern ankommen, soll ich die Geschütze des Helis benutzen. Doch weigere mich. Und aus Zorn darüber zerstören sich die Panzer glatt selbst, ohne dass ich auch nur einen einzigen Schuss abgeben muss. Zweimal! Nachdem ich meine Feinde in die Flucht geschlagen habe, erreiche ich per Heli ein Boot. Und es wird Zeit, euch meine Trickshot-Skills zu demonstrieren. Ich liefere mir ein Duell mit dem Raketenwerfer-Schützen eines Kanonenbootes, finde Woods, der gerade versucht, vegan zu leben, und versuche dann, den Piloten eines feindlichen Kampfhelikopters rauszusnipen. Black Ops 2 ist aber leider kein Battlefield. Das Boot läuft auf Grund, und ich begegne Menendez, der eine epische Meier-Referenz machen möchte, indem er versucht, mich abzustechen. Bevor ich dann gemeinsam mit Hudson und Woods entkomme. Da wir jetzt wissen, wer der Bösewicht des Spiels ist, müssen wir ihn in der Zukunft ausspionieren und infiltrieren eine seiner Forschungsanlagen. Direkt hier bereue ich es, dass ich Zielen auf eine zufällige Taste gelegt habe, denn ich habe keine Ahnung, was zur Hölle Strich ZB sein soll. Das war dann aber auch leider schon die schwerste Stelle im Level. Denn nachdem ich Crosby und einen Mann, der uns nie betrügen würde, kennengelernt habe, leistet mein Scharfschützengewehr ganze Arbeit. Sogar die Geschütze kann ich mit einem einzigen Schuss ausschalten. Was lustig ist, wenn man dran denkt, dass es dieser tausend Jahre alten Holztür dann nicht einen einzigen Kratzer zufügen kann. Naja, muss Harper es eben übernehmen. Im Innenbereich fallen wir dann wie die größten Vollidioten auf den offensichtlichsten Hinterhalt seit der roten Hochzeit rein. Und ich stelle fest, dass auch die kleinen Roboter kein Problem sind, solange ich sie treffe. Noch schnell ein paar Gegner in einem Aufzug getötet, die ohnehin für Befehlsverweigerung exekutiert worden wären, weil sie mich ignoriert haben. Und Harper rettet einen Wissenschaftler, der sich direkt erkenntlich zeigt. Er erzählt uns etwas über Menendez' Cyberwaffe mit dem Namen Karma. Und stirbt. Bevor wir dann evakuiert werden. Zeit, Menendez' Spuren in der Vergangenheit nach Afghanistan zurückzuverfolgen, wo er von den Sowjets Waffen für seine Privatarmee gekauft hat. Nachdem ich im Dorf dem Mujahedin freundlich begrüßt wurde, wird mir im Briefing verraten, dass fast 40% meiner Aufrufe nicht von Abonnenten kommen und gerade einmal ein Viertel von euch die Glocke aktiviert hat. Also abonniert mich doch, wenn euch dieses Video gefällt und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr doch direkt auch noch einen Daumen nach oben dalassen. Die Russen greifen an! Auf in den Kampf! Und nachdem, was auch immer das war, passiert ist, begegne ich im Osten zwei russischen Panzern, für die ich eine kleine Überraschung parat habe. Das Scharfschützengewehr aus der Zukunft, das sogar Wände durchdringen kann, als seien sie Butter. Leider ist das aus welchem Grund auch immer, auch voll aufgeladen, absolut ineffektiv. Und so musste ich feststellen, dass du die Panzer zwar mit einer Minigun und noch viel verwunderlicher einem Ballistikmesser zerstören kannst, nicht aber mit der Technik der Zukunft. Immerhin konnte ich das total von den Gegnern überrannte Munitionslager zurückerobern, indem ich einfach dort war, bevor die Feinde, die es einnehmen sollten, überhaupt gespawnt sind. Nehme einen Russen gefangen, habe einen Flashback zum Mathematikunterricht der Oberstufe und im Verhör erschieße ich den Russen nicht, weil eine Pistole kein Scharfschützengewehr ist und Mason eindeutig mit ihr zielen wollte. Noch von den Afghanen hintergangen und von Reznov gerettet werden und damit geht es ab nach Nicaragua, wo wir sehen können, wie die Merkel-Diktatur dem jungen Menendez eine Zwangsimpfung gegen Corona verpasst. Allein die Tatsache, dass ich diesen Witz in drei separaten Videos machen konnte und der immer noch aktuell ist, sollte zeigen, wie gut mit der gesamten Situation umgegangen wurde. Ansonsten würde ich euch zwar gern mehr über diese Mission erzählen, aber... Für die Zukunft. Sie ist nie passiert. In der Zukunft ist es nun meine Aufgabe, eine abgestürzte Drohne zu finden und Leute abzuhören. Zunächst lasse ich aber erneut den Sniper-Gott raushängen. Schleiche mich an dieser nervigen Stelle an den Todesdrohnen vorbei, noscope eine Wache auf eine beeindruckende Distanz und rutsche auf dem nassen Dach aus. Wow, das ist ja doof, aber keine Sorge, von einer Stichwunde stirbt man nicht. Die Rettung ist in 5 bis 10 Minuten da und er wird überleben. In der Zwischenzeit höre ich das Gespräch zwischen Menendez und seinen Laufburschen ab. Finde die abgestürzte Drohne, hole dann noch selbst eine der Todesdrohnen mit nichts als meinem Scharfschützengewehr vom Himmel und wir entkommen mit allen Infos, die wir brauchen, um die nächste Mission zu starten. In einer Touristenfalle für Superreiche hat Menendez die Cyberwaffe versteckt, die wir suchen. Schön zu sehen, dass Nordkorea bis 2025 auch wieder ein Land mit diplomatischen Beziehungen ist. Als Gewerkschaftsmitarbeiter getarnt betreten wir den Ferienclub, erschießen das Sicherheitspersonal, dringen ohne Zugangsberechtigung in den Serverraum ein, stillen persönliche Daten, um sie Mark Zuckerberg zu verkaufen, was man halt so macht als Gewerkschaftler. Nach einer kleinen Schießerei waggern wir dann die Dame an, deren Nackenfotografie wir eben noch bestaunt haben. Ich sehe meinen Feinden dabei zu, wie sie mich aus 2 Metern Entfernung nicht treffen und schaffe es am Ende jemanden zu noscopen, der mir mein Date ausspannen wollte. Der wird erst einmal geteebeutelt. Nachdem ich seit letzter Nacht endlich ein Mann bin, will Woods mir verraten, wie mein Vater vor 37 Jahren gestorben ist. Anfänglich war es eine ganz normale Party mit Pornos, Kokain und Alkohol. Doch die Mischung war wohl etwas zu viel, weshalb sie spontan einen Amoklauf durchgeführt haben. Zum Zielen waren sie Gott sei Dank viel zu besoffen. Irgendein Schnösel wollte sie dann in einem Privatjet ohne Pilot mitnehmen nach Vegas. Doch als dieser spontan einen kleinen Defekt hatte, haben sie ihn als Geisel genommen, um seine Familie für Geld zu erpressen. Leider hatte Woods dann aber ein paar Drogen induzierte Wahnvorstellungen und dachte, dass vor ihm Raul Menendez steht. Blöd für mich, es war eigentlich mein Vater, den er nicht wiedererkannt hat. Und ich wäre wirklich böse auf ihn, hätte er ihn nicht mit den zwei sicksten No-Scope seit der Gründung des Face-Clans getötet. Gut gemacht, Brudi. Und F für meinen Vater. Ganz nebenbei, wir wissen jetzt, wann Menendez angreifen will, weil die Frau, die ich geknallt habe, in Menendez' Cyberwaffen-Virus ein Datum gefunden hat. Also wird es Zeit, ihn festzunehmen. Und gestattet mir die Frage, warum zum Fick haben wir so lange gewartet, wenn wir dort seit Jahren einen Spion hatten? Was auch immer. Nachdem mir Menendez verrät, dass es einen Verräter gibt, der total nicht ich bin und die Amerikaner einen bereits erwarteten Angriff starten, sehe ich einer Drohne dabei zu, wie sie nicht durch die Tür kommt. Sterbe an wo-ran-auch-immer und speedrunne zu Menendez, der mit einem einzigen Schuss einen VTOL vom Himmel holt und mich dann zwingt, entweder ihn oder Harper zu töten. Ich entscheide mich für Menendez und weil das meine Challenge gefährden würde, erschießt mich der Ehrenmann, bevor ich abdrücken kann. Danke sehr. Obwohl gerade eine einzelne Rakete einen VTOL vom Himmel geholt hat, schaffen es jetzt keine 5, mir auch nur Schaden zu machen, während ich absolut nichts tue. Ein paar Gegner genau scoped und ich nehme Menendez gefangen, um ihn zu verhören. Dummerweise schaffte es, irgendwie Salazar, der uns garantiert nie hintergehen würde, trotz Handschellen zu überwältigen und zu entkommen, während seine Privatarmee unseren Flugzeugträger stürmt. Ich zeige euch mal einen Zaubertrick und lasse alle Feinde hinter mir verschwinden, indem ich sie über den PC auf der Brücke des Schiffs aus dem Spiel lösche. Zauberei! Noch schnell zum Kriegsverbrecher werden, denn solange wir gewinnen, wird es niemanden interessieren, und Menendez gelingt es, die Brücke zu stürmen und Admiral Briggs gefangen zu nehmen. Weil ich anfangs kein neues Spiel gestartet, sondern nur die Level wiederholt habe, sind hier jetzt eventuell ein paar Charaktere am Leben, die eigentlich schon tot waren. Entweder das, oder Menendez ist Funny Valentine. Und ich bin gespannt, wie viele von euch die Referenz verstehen. Oh, außerdem, Salazar betrügt uns, wer konnte das kommen sehen? Naja, am Ende wollte ich dann zum ersten Mal versuchen, Salazar zu erschießen, der dann spontan Briggs zusammenschlägt, was eine seltsame Situation war. Mit einem Virus die Kontrolle über die amerikanische Drohnenflotte übernommen, und ich bin zurück im Körper von David Mason, der es gerade so vom Schiff und zur Präsidentin schafft, die es jetzt zu evakuieren gilt. Das tue ich, indem ich zunächst keine Drohnen vom Himmel hole und ihnen nur dumm beim Fliegen zusehe, mich abseile und ein Gefecht mit Menendez Söldnern liefere, Richtung Innenstadt cruise, wo ich ein paar der Gehsteigpanzer mit meinem futuristischen Scharfschützengewehr zerstöre, und zum Abschluss noch einen Jet fliege. Mal ehrlich, gibt es irgendjemanden, der diesen Part nicht scheiße findet? Letzte Mission. Wir haben Menendez bis nach Haiti verfolgt. Und nach einem Skydive, der sogar Felix Baumgartner alt aussehen lässt, kämpfe ich mich mit No Scopes erst in und dann durch die Anlage. Wobei ich erneut ein paar AGDs und wenig später Quad Drohnen mit meiner Sniper zerstört habe. Nur um dann in Menendez Livestream 50 Euro zu spenden und ihn am Ende des Levels zu konfrontieren. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wieso ich die beiden erschieße, obwohl ich nur eine Pistole habe. Und das stimmt vielleicht, gezielt habe ich aber trotzdem nicht. Am Ende habe ich lang überlegt, doch dachte ich mir, get no-scoped, bitch. Und damit habe ich Black Ops 2 zwar nicht nur mit no-scopes durchgespielt, weil es einfach nicht möglich ist, aber ich hoffe, wir hatten alle unseren Spaß. Gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat und abonniere mich, um nichts mehr zu verpassen. Damit bedanke ich mich wie jedes Mal herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann, wenn ich Black Ops 2 nur mit einem Einsatzschild durchspiele. Tschau!